Servus liebe Freunde der gepflegten Wath-An-Unterhaltung, ich bin Raibu und herzlich willkommen zu einem neuen Infovideo. Der nächste Dev-Blog ist draußen. Ihr seht es hier schon im Hintergrund der VK-3002M. Eine Versuchskonstruktion bzw. eine frühe Version des Panther, die ihr schon natürlich im Spiel kennt, die auch schon vielfach im Spiel untergebracht sind. Ich gehe stark davon aus, weil dieser VK-3002M auf Rang 3 im Spiel kommen wird, dass er die Lücke zwischen den Panzer IV und den Pantern halt eben schließen wird. Was anderes macht für mich überhaupt gar keinen Sinn. Ihr seht es hier auch schon, da fehlt auch noch so einiges. Zum Beispiel die Seitenschürzen, vorne die Mündungsbremse bei der 75mm ist nicht die gleiche wie bei den Serienmodellen. Das Teil wird auch nicht die gleiche Panzerung haben wie die Serienmodelle, weil klar ist eine Versuchskonstruktion. Ich glaube, wir reden hier von ungefähr, meine ich, 20mm weniger Panzerung. Aber ist ja auch klar, so eine Versuchskonstruktion ist ja entsprechend nur zum Testen da. Ich bin darüber so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite finde ich die Panther VKs relativ langweilig. Da finde ich die VKs zum Tiger II deutlich interessanter. Aber, jetzt kommt das andere, es ist gut, dass wir hier so einen Lückenfüller zwischen Panzer IV und eben dem Panther bekommen. Und ich glaube, es freuen sich auch viele auf die 2. Weltkriegspanzer hier wieder, dass da halt eben wieder die Deutschen mal endlich was aus dem 2. Weltkrieg wieder bekommen. Da ist ja immer so, ja, ist das ja immer so, ich will nicht sagen Streitpunkt, aber so ein Diskussionspunkt, weil es fehlt ja doch noch einiges im deutschen Baum, was man aus dem 2. Weltkrieg bringen könnte. Der nächste positive Punkt an der ganzen Geschichte ist, dieser VK30-02M ist weder ein Eventfahrzeug, bei dem man sich tatsächlich unter zeitlichem Druck das Ding erspielen müsste. Es ist kein Battle Pass Fahrzeug. Auch da kommt wieder, sage ich jetzt mal, der Zeitfaktor ein bisschen dazu. Plus ist es kein Premium-Panzer. Also jeder von euch kann dieses Fahrzeug, weil es eben im normalen Tech-Tree erscheint, erforschen. Und damit wird eben auch jeder dieses Jahr, ich würde mal doch sagen, es wird dann nicht ein seltenes Fahrzeug sein, aber eben diese Versuchskonstruktion halt eben erspielen können. Und damit hat es dann halt eben jeder und vor allen Dingen, es kann sich auch jeder entsprechend lange Zeit lassen, das Ding zu erforschen, eben weil es ein ganz normaler Tech-Tree-Panzer ist. Was haben wir hier an der Ausrüstung? Eine 75mm, ihr seht das schon, die lange 75mm unterscheidet sich jetzt von denen, die wir im Spiel haben, momentan nur an der Mündungsbremse. Das Teil soll ein bisschen schneller sein, ein bisschen mobiler als die Serienversion. Das liegt unter anderem, glaube ich, auch daran, weil eben ein bisschen weniger Panzerung da ist. Turmdrehrate ist eher schlecht. Okay, kann man dann ein bisschen mit der Mobilität ausgleichen, indem man halt eben die Wanne mitdreht. Und klar, wie bei jedem Panther eigentlich der schlechte Rückwärtsgang. Aber ich denke, da habt ihr auch schon entsprechend mit gerechnet. Wie gesagt, auf der einen Seite finde ich schon ganz spannend und ganz cool, dass der VK30-02M ins Spiel reinkommt. Auf der anderen Seite, ja, es ist halt so ein typischer Füllpanzer, auf den man eigentlich auch hätte verzichten können. Aber es gibt ja noch mehrere Versionen. Ich glaube, es gibt noch den VK30-02D. Der könnte dann in Zukunft auch kommen. Vielleicht lässt sich Guy Jinder so ein bisschen noch die Optionen offen. Könnte aber natürlich auch sein, dass dann der VK30-02D in irgendeinem künftigen Event oder im Battle Pass untergebracht wird in Zukunft. Man weiß es nicht. Ich kann darüber auch nur spekulieren. Aber VK30-02M kommt jetzt erstmal ins Spiel mit dem neuen Update. Und ich bin mal gespannt, was ihr so dazu sagt zu dem 30-02M. Haut es mal gerne unten in die Kommentare rein. Bin ich mal auf eure Meinungen gespannt. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne auch einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann haut auch gerne ein Abo rein. Ich freue mich nach wie vor über jeden neuen Zuschauer, der den Weg hier zu meinem Kanal findet. Und dann lasst uns jetzt mal so ein bisschen über den VK30-02M in den Kommentaren dann schwätzen. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Euer Raibun.